Tipp-Duell-Runde 2. Die KI und die Redaktion bekommt heute von mir auf den Sack. Ich bin Kessem, euer Liga-Insider. Ihr kennt mich und wir sind gerade so ein bisschen in der Ausprobierphase zur neuen Saison. Wenn ihr Format-Ideen oder Wünsche habt, schreibt die gerne mal hier rein in die Kommentare. Ansonsten lasst gerne ein bisschen Liebe da, da freuen wir uns immer mega drüber, mega nice. Und ich habe Bock auf einen geilen Spieltag, auf viele Tore und ich tippe jetzt mal gegen die KI und unsere Redakteure. Und wir gehen mal rein mit unserem Freitagsspiel. So ein bisschen hier die Gruselpartie. Union Berlin zu Hause empfängt den FC St. Pauli. Ja, meine Kitzkicker, die müssen nochmal in Sachen Effizienz, müssen sie nochmal ran. Achtmal auf die Richtung Kiste geschossen, dreimal aufs Tor. Aber das war gar nichts. Da war so viel möglich im ersten Spiel gegen Heidenheim. Und jetzt kommt Union. Union, richtig ekliges Team zu Hause gerade. Igen sich da auch schön immer hinten ein. Ich glaube, Bo Svensson wird hier einen guten Gameplan fahren. Hört auch gerne nochmal rein. Teilt auch gut die Fahrdys-Gedanken aus dem Podcast gestern. Gamechanger am Donnerstag. Sehr, sehr gut. Immer reinhören auf jeden Fall. Ich gehe immer im 1-0 für Union Berlin. Ich glaube, die sind da ein bisschen cleverer. Und St. Pauli war schon sehr verschwenderisch mit den Chancen. Ich weiß nicht, ob sie das richtige Zielwasser aktuell trinken. Insider KI sagt 1-1. Und Redaktion geht mit mir. Geht auch auf ein 2-1. Union Berlin. So, wir gehen mal weiter in die Konferenz am Samstag. Da haben wir VfB Stuttgart zu Hause gegen den FSV Mainz 05. Das ist ein ganz ekliges Spiel für die Stuttgarter. Die müssen jetzt gewinnen. Die sind unter Druck. Da fallen reihenweise die Abwehrspieler aus. Jetzt kommt da der junge Chase rein. Der ist 20. Kann der schon für die nötige Stabilität sorgen? Auch gegen Mainz 05? Das wird eine heiße Kiste. Ich gehe trotzdem mit der Torfabrik VfB Stuttgart. Gerade zu Hause haben die immer gefeuert. Ich gehe mit ihnen. 2-1. Ich vertraue hier. Glaub aber, das könnte ein richtiger Trap der Woche werden. Weil Mainz einfach sehr eklig zu bespielen ist. Und da auch immer sehr gute Offensiv-Elemente mitbringen. Ich sage 2-1. Insider KI geht mit mir. 2-1. Redaktion sagt 3-1. So, dann Frankfurt gegen Hoffenheim. Oh, die Frankfurter sind heiß. Alle Frankfurter Fans sind so heiß. Da wird der deutsche Bankpark, der wird beben. Der wird explodieren, sage ich. Wie so eine Sirene im Hintergrund. Und ich gehe mit dem 3-0. Ugo Ikitike. Gestern auch der Gamechanger von Svenno. Da auch im Gamechanger. Also, wir haben hier, wir laden hier Frankfurt komplett auf. Ich gehe auch komplett mit. Und ich sage, die überrollen die. Ich fand die schon gut gegen Dortmund. Da haben sie halt, war halt die Taktik, dass sie da den Gegner machen lassen und dann eiskalt kontern. Aber ich glaube, zu Hause Hoffenheim sah auch jetzt nicht siegelfest aus gegen Kiel. Die werden auf die Mütze fliegen. Insider KI 2-1. Redaktion 2-1. Da sind wir uns einig. Frankfurt Sieg. Letzter Go 0-6-9. Wir haben die Bremer zu Hause gegen BVB. So, und hier werden wahrscheinlich alle denken, BVB, safe call. Werder Bremen sah letzte Saison gegen so starke Teams echt gut aus. Ich war tatsächlich sogar bei diesem Spiel letzte Saison im Stadion. Da ging es 1-2 aus. Da hatte BVB sich dann nochmal geschwächt mit einer Sabitzer rote Karte. Bremen fand da einfach keine Lösung. Fanden später aber Lösungen. Zum Beispiel gegen VfB Stuttgart zu Hause. Wenn die aggressiv stören, vorne, dann rechne ich hier auch mit einer Überraschungsunentschieden. Oder Bremen zieht es. Aber ich glaube, Schahin, sie werden wieder diesen Ballbesitz, den Ballbesitzfußball anbringen. Hier wird wirklich spannend zu sehen sein, welches taktische Element setzt Ole Werner ein. Ich gehe hier trotzdem mal mit dem klassischen 1-2 für den BVB, die aber sich über eine einzelne Aktion letzte Woche schon gerettet haben. Also so felsenfest von überzeugt bin ich hier von meinem Ergebnis nicht. KI geht auch mit mir 1-2 und Redaktion 1-3. Also hier die klassischen Siegtipps auf den Favoriten. So, wir gehen weiter mit VfL Bochum gegen Gladbach. Geiles Spiel, da ist viel drin, viel Feuer. Bochum, erstes Heimspiel, da ist immer viel los. Gladbach hat mir sehr, sehr gut gefallen, gerade offensiv gegen Leverkusen. Ich fand die sehr, sehr geil. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben hier natürlich die Story. Kevin Stöger kehrt zurück an alte Wirkungsstätte. Ich rechne mit dem Stöger-Tor, da macht er hier den wieder. Ah, ja, will nicht zu viel jubeln, aber ich habe das Tor gemacht. Deswegen, ich gehe hier mit dem Gladbach-Sieg. Die belohnen sich für ein starkes erstes Spiel schon. Bochum sehe ich generell nicht so stark, auch gerade mit dem Orders-Ausfall. Die sind hinten schon geschwächt. Da kam jetzt Meditschrein, der hat das gut gemacht. Aber ich glaube, Gladbach auch gerade mit der Offensivreihe. Die sind loaded, die haben Bock. Ich sage 2-1. Insider-KI sagt, unentschieden finde ich auch einen guten Tipp. Und Redaktion geht mit mir 0-2. So, Holstein Kiel, die haben den Gegner machen lassen von Hoffenheim. Da bin ich mal gespannt, was die da aufziehen zu Hause im ersten Heimspiel. Erstes Heimspiel eines schleswig-holsteinischen Klubs. Geil. Gegen Wolfsburg. Wolfsburg hat das sehr clever raffiniert gemacht. Gegen die Münchner. Früh attackiert, früh draufgegangen da mit Wimmer. Das könnte auch wieder ein Element sein. Gegen die Kieler Störche. Ich glaube, das wird ein offenes Scheunenfest. Ich gehe mal hier mit dem 2-2, weil ich da viele Tore einfach fühle. Ich fühle da irgendwie sowas. Insider-KI 1-1. Und die Redaktion geht sogar mit Wolfsburg. Auch das ist ein guter Pick. Gefällt mir. So, Leverkusen, der deutsche Meister. Der auch wieder mit dem Laterkusen-Dusel wieder gestartet ist in die neue Saison. Ich gehe hier auch mit Leverkusen. Ta, wird wohl bleiben, habe ich jetzt gelesen. Dann ist das wieder der Fels in der Brandung. Bei Leverkusen umso schwerer für den Gegner da durchzukommen. Ich sage, das schaffen die Leipziger aber einmal, aber gehen dann 3-1 baden. Insider-KI 2-1, Redaktion 2-1. Wir sind uns heute relativ einig, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob die Insider-KI gespickt hat bei mir. Kann gut sein. Wahrscheinlich hat sie das getan. So, Heidenheim. Heidenheim lucky bei Pauli. Aber ich mag, was Frank Schmidt macht. Er hat gute Adjustments unter der Woche. Rotiert da immer ordentlich so 7-8 Spieler immer gut durch. Das heißt, die sind trotz der Conference-League-Quali, die sie auch sehr, sehr geil geholt haben, also herzlich willkommen in der Conference-League, sind die immer frisch. Und Wanner kam auch nur rein, spät. Der wird starten. Der hat mir auch eigentlich ganz gut gefallen. War das ein One-It-Wonder oder holt er noch ein zweites Wonder raus? Für mich ist das ein bisschen Dead-Game, ein bisschen totes Spiel. Ich sehe hier irgendwie nicht viele Chancen auf beiden Seiten. Ich sehe ein Maus-Spiel. Ich gehe mit dem 1-1. Ich fand Augsburg eigentlich ganz cool im ersten Spiel. S&D ist der Game-Changer von Fadi. Den bringe ich auch noch schnell an. Aber ich glaube, die neutralisieren sich. Das wird ein 1-1 hier. Insider-KI. Spicker. 1-1. Und Redaktion geht sogar mit dem 1-0 Heidenheim. Finde ich auch spannend. Die haben ja gerade den Lauf. Die haben bisher alle Pflichtspiele siegreich absolviert. Also von daher, der Run spricht für sie. So, dann gehen wir. Das ist das erste Spiel am Sonntag. Und wir gehen ins zweite Spiel am Sonntag. Und das ist natürlich der FC Bayern München gegen den SC Freiburg. Da hat Svenno schon vor den Freiburgern gewarnt. Ich meine, er hat sogar vor den Entschieden getippt. Da müssen wir, glaube ich, nochmal reinhören. So, Redaktion. Das müssen wir natürlich verifizieren. Wer war es? Schick mir den hier nochmal rein. Mit einem Unentschieden. Ich kann mir vorstellen, dass Bayern das Spiel nicht zieht. Und das Key-Duell wird dann auch für mich Doan gegen Guerrero sein. Das sind ja ein Game-Changer. One Game-Changer. Wähle ich auch aus diesem Duell. Geil. Und zwar Doan. Nice. In die Shownotes packe ich euch natürlich den Link zur gesamten Folge. Und ich gehe hier natürlich mit den Bayern. Ich glaube aber, das wird kein Schützenfest. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel für die Challenge, da würde ich natürlich drei Offensiv-Bayern vorne reinparken. Ich gehe hier mal mit den Münchner Bayern. Ich sage aber 2-1, weil die Abwehr für mich auch immer noch ein offenes Scheuntor ist. Ja, 2-1 ist ein guter Tipp. Solider Tipp. Insider-KI sagt 3-1. Und die Redaktion geht sogar mit einem 2-0. Ja, Leute, das waren die Tipps. Ich fand, wir waren uns alle hier relativ einig. Und vielleicht sind das tatsächlich klare Duelle am Wochenende. Schaut auf jeden Fall rein. Ich werde es mir auf jeden Fall heiß angucken. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als checkt heute nochmal die VA. Die werden sich vielleicht heute nochmal im Laufe des Tages heiß verändern mit den letzten Informationen. Und dann bleibt mir nichts mehr zu sagen, als ich mache Urlaub jetzt. Ich gönne mir mal hier eine Woche. Das heißt, ich bin nächste Woche nicht da. Da gibt es dann kein Content von mir. Aber dann die Woche drauf, umso frischer. Da komme ich rein. Fresh gestylt. Ein bisschen braun gebrannt. Ich nehme noch die letzte Sonne mit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder. Und ich wünsche euch schon mal einen geilen Spieltag. Heiße Punkte. Und melde mich hier ab. Und sag, tschi. Bis zum nächsten Mal.